Willkommen zu diesem Video. Karl hat sich 3 Säcke Hamsterfutter für seinen Hamster gekauft und dafür 11,37 Euro bezahlt. Er möchte wissen, wie teuer 7 Säcke Futter wären, hat aber keine Lust, mit Dreisatz zu arbeiten. Wie lösen wir das dann? Das ist ja eigentlich eine typische Dreisatzaufgabe, wie wir sie von direktproportionalen Zuordnungen kennen. Es gibt aber auch noch einen weiteren Weg, eine solche Aufgabe zu bearbeiten und das ist der Weg über sogenannte Verhältnisgleichungen. Wir schauen uns jetzt einmal für direktproportionale Zuordnungen an. In diesem Beispiel stellen wir fest, dass die Zuordnung natürlich direktproportional ist, denn die Anzahl der Säcke, die ich kaufe, ist proportional zum Preis, wenn wir davon ausgehen, dass es keine besonderen Sparangebote gibt. Und für solche direktproportionalen Zuordnungen gilt die Quotientengleichheit. Darüber haben wir in einem der vorigen Videos schon einmal gesprochen. Kurz gesagt bedeutet das, dass der Quotient zugeordnete Größe geteilt durch Ausgangsgröße immer gleich sein muss. In unserem Beispiel heißt es, der Quotient 11,37 Euro geteilt durch 3 ist das gleiche wie unser gesuchter Preis durch 7. Also immer zugeordnete Größe durch Ausgangsgröße. Dieses Fragezeichen in der Gleichung, das ist allerdings nicht besonders geschickt. Stattdessen schreiben wir einfach x. Jetzt müssen wir x ausrechnen. Das schaffen wir am einfachsten, indem wir die 7, die unter dem x steht, auf die andere Seite der Gleichung verfrachten. Dazu rechnen wir mal 7. Auf beiden Seiten der Gleichung mal 7 gerechnet, erbringt dann diese Darstellung. x, eben nicht mehr durch 7 geteilt, ist das gleiche wie 11,37 Euro geteilt durch 3 und dann eben mal 7. Die rechte Seite rechnet man dann einfach schriftlich aus oder übergibt sie dem Taschenrechner. Die Lösung jedenfalls ist 26,53 Euro. Wir haben also die gesuchte Größe ausgerechnet, indem wir schlicht und ergreifend die Quotientengleichheit einmal aufgeschrieben haben. Apropos aufschreiben, das Beispiel würde ich mir jetzt einmal in den Heftor übernehmen. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Diesmal allerdings ohne Geschichte drumherum. Die Zuordnung ist direkt proportional. Berechne die fehlenden Größen durch eine Verhältnisgleichung. Wichtig ist hierbei die Eigenschaft direkt proportional. Wir können also erneut die Quotientengleichheit anwenden und eine solche Verhältnisgleichung aufstellen. Und damit gehen wir die Beispiele der Reihe nach durch. Immer y durch x. Also 27 durch 6 verhält sich wie ein unbekanntes y zu 8. Diese Aufgabe lösen wir erneut, indem wir einfach eine Zahl auf die andere Seite bringen, in dem Fall die 8. Und das geht durch Multiplikation, also auf beiden Seiten mal 8. Daraus entsteht dann die Gleichung y ist gleich 27 Sechste mal 8. Hier kann ich nun über Kreuz kürzen, nämlich die 6 gegen die 8. Übrig bleiben 3 und 4. Und das erbringt dann das Ergebnis von 108 Dritteln. Und das ist nichts anderes als 36. So weit, so gut. Wir können also die 36 als Lösung in die Tabelle eintragen. Im zweiten Fall sieht es ein klein wenig anders aus. Hier haben wir nicht das x vorgegeben, sondern das y. In diesem Fall mit 45. Trotzdem schreiben wir zuerst die Verhältnisgleichung auf. Also wieder 27 durch 6 ist das gleiche wie 45 durch unser unbekanntes x. Immer zugeordnete Größe durch Ausgangsgröße. Aber jetzt können wir einfach einen Trick anwenden. Und zwar benutzen wir die Reziproke. Das bedeutet, wenn zwei Brüche gleich sind, dann sind auch ihre Kehrwerte gleich. Aus der Verhältnisgleichung 27 Sechste ist gleich 45 durch x. Folgt also 6 Siebenundzwanzigste ist das gleiche wie x durch 45. Eine solche Gleichung haben wir aber schon zweimal gelöst. Wir müssen wieder nur eine Zahl auf die andere Seite schaffen. Also auf beiden Seiten mal 45. Es ergibt sich die Gleichung x ist gleich 6 mal 45 durch 27. Das ist das gleiche wie 6 Siebenundzwanzigste mal 45. Nur ein bisschen anders aufgeschrieben. Das sind dann 270 Siebenundzwanzigste und hier sieht jeder, dass sich dahinter die Zahl 10 versteckt. Wir können also auch die 10 als Lösung in die Tabelle eintragen. Damit ist auch klar, wie die letzte Zahl auszurechnen ist. Wir schreiben wieder eine Gleichung auf 27 Sechste ist gleich 60 durch x. Wir wenden wieder den Reziproke-Trick an, schreiben also die Kehrwerte auf. 6 Siebenundzwanzigste ist gleich x durch 60. Und wieder schaffen wir die 60 auf die andere Seite. Wir erhalten durch Multiplikation mit 60 x ist gleich 6 Siebenundzwanzigste mal 60. Wenn wir das nun ausrechnen, dann erhalten wir zunächst den Bruch 360 Siebenundzwanzigste. Und wenn wir den dann vielleicht in den Taschenrechner eintippen, dann erhalten wir als Dezimalbruchdarstellung ist gleich 13,periode 3. Auch diese Lösung kommt natürlich in die Tabelle. Denn wenn du sie gleich in dein Heft übernimmst, sollte sie schon vollständig sein. Bei indirektproportionalen Zuordnungen funktioniert das Ganze etwa ähnlich. Auch wenn wir hier erstmal keine Quotienten stehen haben. Denn bei indirektproportionalen Zuordnungen geht hier nicht Quotientengleichheit, sondern Produktgleichheit. Unsere Verhältnisse werden sich also gleich in Produkten widerspiegeln. Ein Beispiel. Karls Freunde wollen ihm ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Für das gewährte Geschenk muss jeder der sieben Freunde 13,23 Euro bezahlen. Für den Anfang überlegen wir uns, was wird hier eigentlich einander zugeordnet. Die Ausgangsgröße ist die Anzahl der Freunde. Und die zugeordnete Größe ist der Anteil am Preis, den jeder Freund bezahlen muss. Uns ist völlig klar, wenn mehr Freunde sich beteiligen, wird der Preis für den Einzelnen geringer. Das ist also eine indirektproportionale Zuordnung. Für indirektproportionale Zuordnungen gilt aber bekanntermaßen die Produktgleichheit. Und mit der werden wir jetzt arbeiten. Produktgleichheit bedeutete ja, dass das Produkt von Ausgangsgröße und zugeordneter Größe immer gleich ist. In unserem Fall ist also 7 mal 13,23 Euro gleich 9 mal der Preis für die 9 Freunde, die sich beteiligen. Den nennen wir hier einfach klein p für Preis. Wir müssen jetzt die 9 auf die andere Seite schaffen, um das p zu bestimmen. Das ist aber keine große rechnerische Hürde. Wir müssen einfach auf beiden Seiten der Gleichung durch 9 teilen. Daraus ergibt sich diese Darstellung. p ist gleich 7 mal 13,23 Euro geteilt durch 9. Ich glaube, man muss sich an der Stelle nicht schämen, wenn man den Taschenrechner zur Hilfe nimmt. Wir tippen also ein, den Bruch 7 mal 13,23 geteilt durch 9 und erhalten das Ergebnis 10,29. Damit wäre dieses Problem auch schon gelöst. Und wir haben gleichzeitig erkannt, dass wir auch für indirekt proportionale Zuordnungen solche gesuchten Größen mit nur einer Gleichung herausfinden können. Mich überzeugt das. Deswegen würde ich das auch abschreiben. Auch hier wollen wir noch ein zweites Beispiel gemeinsam durchgehen. Wieder ohne Geschichte, einfach nur ein paar Rechnungen, um das Ganze zu verinnerlichen. Wir haben eine indirekt proportionale Zuordnung gegeben. Und auch hier sollen wir mit einer solchen Verhältnisgleichung arbeiten. Wir wissen ja, für indirekt proportionale Zuordnungen gilt die Produktgleichheit. Und wir werden jede der drei Aufgaben mit der Produktgleichheit lösen. Dazu schauen wir jetzt in die Tabelle. Die erste gesuchte Größe ist das y bei der 7,5 an der Stelle vom x. Wir schreiben das Produkt x mal y auf als 4 mal 10,5, denn das ist gegeben. Und das ist das gleiche wie 7,5 mal unser gesuchtes y. Auch hier können wir die Aufgabe lösen, indem wir einfach die 7,5 auf die andere Seite der Gleichung bringen. Wir teilen also durch 7,5. Dann folgt y ist gleich 4 mal 10,5 durch 7,5. Auch diese Aufgabe übernimmt natürlich wieder der Taschenrechner. 4 mal 10,5 geteilt durch 7,5 bringt dann das Ergebnis 28,5 bzw. 5,6. Dieses Ergebnis übernehmen wir dann in die Tabelle. Eine Stelle von y kommt also 5,6. Die zweite Aufgabe. y ist gegeben mit 19, x wird gesucht. Es ist also hier 4 mal 10,5 das gleiche wie x mal 19. Wieder schaffen wir die 19 auf die andere Seite, um die Aufgabe zu lösen. Es ergibt sich, x ist gleich 4 mal 10,5 geteilt durch 19. Auch diese Aufgabe übergeben wir dann dem Taschenrechner, erhalten hier allerdings nur ein näherungsweises Ergebnis. 4 mal 10,5 durch 19 ist ungefähr 2,21. Das Ergebnis kommt natürlich wieder in die Tabelle. Und auch die letzte Zeile dieser Tabelle wird uns keine Schwierigkeiten machen. Wir können auch für die 25 das passende x finden. Wieder stellen wir eine Gleichung auf. 4 mal 10,5 ist in diesem Fall x mal 25. Daraus folgt, wenn ich durch 25 teile, x ist gleich 4 mal 10,5 geteilt durch 25. Auch hier hilft uns der Taschenrechner. Und er wird das Ergebnis liefern 1,68. Auch diese 1,68 übernehmen wir in die Tabelle. Das wäre es für dieses Video zu den Verhältnisgleichungen gewesen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Abschreiben dieser Beispielrechnung, danach beim Üben und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. appelebabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelbabelb